Passt mal auf, Leute. Hört mal zu. Ich hab eine Idee, aber sie ist riskant. Und wenn sie noch so riskant ist? Alles ist besser, als hier untätig auf den Tod zu warten. Vielleicht nicht viel besser, aber einen Versuch wert. Die Riffe hier um uns sind voller vulkanischer Geysire. Geysire? Das sind sowas wie heiße Unterwasserquellen. Sie schießen Wasserfontänen nach oben. Ich schlage vor, dass wir einige der Weinschläuche mit Luft füllen. Ein Loch in die Schiffsseite schlagen, abwarten, bis das Wasser hochsteigt und dann zu einem der Geysire schwimmen. Wir saugen die Luft aus den Schläuchen und schwimmen mithilfe der Fontänen nach oben. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage... Das ist nicht wahr. Für mich sprichst du nicht. Ich finde die Idee großartig. Nein, nein. Hier. Kann jeder seine Meinung sagen. Also, Marcon, wenn du eine bessere Idee hast, würde ich sie jetzt gern hören. Das würden wir alle gern. Schaut euch mal an. Ihr seid wie eine Schafherde, die jedem Idioten nachläuft, sogar in den Tartaros. Aber nicht mit mir. Geysire. Ihr werdet an euren Verbrühungen gestorben sein, bevor ihr oben seid. Wenn nicht schon vorher eure Gedärme geplatzt sind. Oh, ihr Götter. Ist das wahr? Wenn man so dumm ist, mitten hinein zu schwimmen, dann ja. Aber wenn wir am Rand bleiben, wo die Fontäne weniger heiß und kräftig ist, können wir... Können wir es schaffen? Wir alle... Das ist doch alles Quatsch. Meine Methode ist Loch in den Rumpf und nichts wie hoch. Das schaffst du nicht. Und ohne die Geysire hätten auch unsere Verletzten keine Chance. Erinnere mich dran, dass ich sie bedauere, wenn ich mal Zeit habe. Aber jetzt sage ich, wir stimmen ab. Die, die für meine Methode sind, heben die Hand. Was ist mit dir, Hasenfuß? Wie stimmst du? Hey, hört mal zu! Die Verletzten bringen wir zuerst raus. Dann folgt einer nach dem anderen. Ich gehe als Letzte. Gut, ich nehme Thaddeus. Allein schaffst du das nicht. Und ich kann dir nicht helfen, bevor alle anderen raus sind. Ich helfe ihr. Gut. Ihr geht als Erste. Ich übernehme den Kapitän. Da brauchst du jemanden, der dir hilft. Hör mal, wenn du dir einbildest. Dann mach ich's. Ich helfe ihr. Danke. Alles klar, hat jeder seinen Weinschlauch? Dann los. Autolikos, ist deine Gruppe bereit? Ja, wir sind bereit. Gut. Du schwimmst voraus. Viel Glück. Und jetzt ihr. Und jetzt ihr. Hey, Gabriel. Wir sehen uns oben wieder, ha? Ja. Also los, komm schon. Sie wartet auf dich. Luft holen. Mach schon, Marco, und du bist dran. Marco? Komm schon, du schaffst das. Tief Luft holen und los. Tief Luft holen und los. Tief Luft holen, los. Tief Luft holen. Tief Luft holen. Tief Luft holen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er lebt noch! So halb! Geschafft! Scheint so! So halb! 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 Untertitelung des ZDF, 2020